Wenn du zur Geburt ins Krankenhaus gehst, musst du dann zwingend den Genitalbereich rasieren, sprich Vulva und Co. die Schamhaare eben entfernen. Auf diese Frage gehe ich in diesem Video ein. Könnte ich schon ganz kurz und knapp beantworten. Also ich sage mal, vor 50 Jahren war das Standard, dass erst mal, wenn du als Frau da hingekommen bist, dass dir einfach im Intimbereich alle Schamhaare abrasiert wurden. Und in der heutigen Zeit ist es ja so, dass der Trend, wobei er kehrt sich jetzt langsam wieder um, aber ich sage mal, so die letzten 20 Jahre war es schon so, dass es total hip war, auch der Pornoindustrie natürlich geschuldet, dass die Frauen sich besonders den Scheidenbereich rasieren. In der Pornoindustrie ist es klar, weil der Zuschauer will ja die Scheide sehen. Wenn da Schambehaarung eben ist, ich denke da mal an so Filme wie, ach hier so Softpornos, Schulmädchenreport, Erotikfilme, da hast du eine Frau, eine Nackte gesehen mit Brüsten oder ich denke auch noch an so Horrorfilme, wo du die Schambehaarung gesehen hast. Das war es dann so, oder so angedeutet, konntest du die Fantasie einsetzen. Aber heute in den Pornos, die du überall dir reinziehen kannst, da sind die Frauen eigentlich so gut wie immer völlig rasiert, teilweise total pickelig und auch wund. Das finden die Männer total geil, scheinbar. Ich weiß das nicht. Ich stelle mir das noch richtig schlimm vor, weil es jucken muss, brennen muss. Muss man nicht unbedingt haben. Und ich sage mal, die Männer wissen es ja auch. Viele Männer mögen ja auch die Glattrasur, Glattrasur, das Rasur im Gesicht nicht, weil es eben dann brennt und man sie schneiden kann. So, dementsprechend ist mein Rat an dich. Wenn du nicht regelmäßig dann da rasierst, würde ich es lassen. Lass die Haare da ganz normal. Sollte es medizinisch notwendig sein, fällt mir jetzt auch nichts ein. Nehmen wir vielleicht mal doch an. Nehmen wir mal eine Scheinverletzung oder einen starken Dammriss oder Damschnitt. Und der müsste jetzt wirklich exzessiv genäht werden. Dann könnte es unter Umständen notwendig sein, dass da rasiert würde. Und dann kann das Personal das selber machen. Weil die sehen nämlich dann, ne? Da hockt ja normalerweise jemand zwischen deinen Beinen und der sieht genau, was er macht. Nachteil bei der Intimrasur, wenn du es selber machst, ist ja, du siehst ja gar nichts. Du machst das ja quasi blind und musst dann da immer fühlen. Und das Risiko ist groß, ähnlich auch wie bei den Männern, dass sie sich, wenn sie ihren Hoden rasieren, dass sie sich da ins Fleisch schneiden. So, von daher würde ich das nicht empfehlen. Auch deshalb nicht. Weil, ich sag mal, eine Schürfwunde könntest du im natürlichen Geburtsverlauf schon haben. Und wenn du jetzt eh wund bist von dieser Rasiererei, dann ist das Risiko, dass du da die Haut noch mehr verletzt, viel größer. Also von daher wäre normaler Scheidenbereich mit Schambehaarung vollkommen im Rahmen. Und es gibt ja auch den Trend, dass man sagt, okay, Schambehaarung, ja, dann stutzt man das eben, damit man, wenn man solche Schamhaare hätte, ne, dann halt die gestutzt hat und dann ist es gut. Was du auch immer noch bedenken musst, wenn du es vorsorglich machen wollen würdest, ne, das ist halt mit Stoppeln, es brennt, es juckt. Teilweise an den Schamlippen, ne, die stechen gegeneinander. Ja, reibt dann. Also ich bin kein Befürworter von dieser Rasur, hab das natürlich aber auch, weil es der Trend ja so hergegeben hat, in jüngeren Jahren mal ausprobiert und hab wirklich gedacht, wie können Frauen das so aushalten? Ja, also gerade auch, wenn man dann, nehmen wir mal den Scheidenbereich oder du hast auch um die Rosette da rumrasiert, wenn die rauswachsen, das sticht doch und sticht immer in die andere Richtung, das heißt, es juckt, du hast das Gefühl wie, weiß nicht, wie ein Hund, der sich den Hintern, ne, das Poloch am Teppich da reiben muss, da wirst du ja wahnsinnig. So, dann willst du kratzen, dann wird alles wund. Jetzt mag natürlich sein, wenn du jahrelang rasiert hast, naja, bist du abgestumpft. Ist ja auch so, ist ja auch bei den Männern im Gesicht. Je mehr du irgendwo rasierst oder den Beinen eben auch, je mehr du rasierst, desto abgestumpfter wird der Körper ja auch. Und Haare haben ja auch eine Funktion. Schambehaarung hat auch eine Schutzfunktion, dass wenn da irgendwas in die Richtung gehen sollte, ähnlich wie ja hier, Augenbrauen als Beispiel, sind ja nicht einfach nur da, weil sie ha-ha-modisch sind. Wenn man einige Frauen denken hat, ah ja, rasieren wir ab oder, was weiß ich, lasern wir weg, machen uns einen Strich dahin, das hat ja hier auch eine Schutzfunktion, nämlich, dass wenn der Schweiß zum Beispiel runterkommt, ja, dass es nicht direkt ins Auge läuft, sondern erst mal hier hängen bleibt unter anderem. Oder unsere Wimpern haben ja auch den Vorteil, dass im Idealfall, wenn Schmutz oder irgendwas da in der Luft oder so ist, es in den Wimpern hängen bleibt. Da ist auch immer viel Staub drin und nicht sofort ins Auge kommt. Und so ist es ja mit dem Scheidenbereich im Übrigen ja auch, dass da eben viel hängen bleiben kann. Ja, und mit dem Gucken ist mir immer ein Rätsel, denn theoretisch, eine Frau breitbeinig, ja, in der Scheide hat man wohl keine Haare, das ist ja nur außenrum. Okay, jetzt kommt vielleicht nochmal das Thema Oralsex, dass da die Männer dann sagen, oh ja, da sind da ein paar Haare, die stören mich. Auch da müsste ich vom Argument her sagen, na ja, wie fummelst du denn da rum? Du sollst ja nicht rechts und links da mit der Zunge rumwurscheln, sondern meistens eher im klitoralen Bereich, also zwischen den Schamlippen. Und da ist in der Regel das schöne, sanfte Fleischhaut, wie auch immer. Ja, also da fängt die Schleimhaut ja oftmals schon an, das ist eine sanftere Haut, da sind in der Regel auch keine Haare. Also ist auch kein Argument, dass man da sagen muss, oh ja, für den Mann, weil er da mal vereinzelt vielleicht ein Schamhaar im Mund haben könnte, muss ich das machen. Wenn du natürlich sagst, okay, du fühlst dich wohl, wobei Hautärzte finden auch generell, Beinhaare rasieren, unter den Achsel rasieren, im Schamhaarbereich sagen immer, das Risiko sich da zu verletzen oder das Risiko, dass da ein Haar einwächst. Habe ich im Freundeskreis im Übrigen auch mal jemanden gehabt, der fand Intimrasur ganz toll, Mann, hat immer schön rasiert, bis sich dann ein Exzessabszess gebildet hat. Da ist nämlich ein Haar dann nicht nach außen rausgewachsen aus der Haut und war in der Leisten gegen, also weil Schamhaare ja ein bisschen hoch meistens gehen, sowas Schambein. So, durch die Rasiererei ist das nach innen eingewachsen und dann hat sich da eine fette Eiterblase gebildet. Ende vom Lied war, er musste dann inzwischen hoch und muss das aufschneiden lassen. Hat er daraus gelernt? Nein, also immer wieder nachrasiert, immer wieder das Problem gehabt, dann selber rumgeschnitten. Ist halt bescheuert. Also, wofür braucht man das? Also, da hat man das Schmerzenrisiko, kannst du eine Infektion zuziehen. Im schlimmsten Fall, so eine Infektion kann auch immer mit einer Blutvergiftung, mit dem Tod tatsächlich enden. Wofür? Also, das solltest du dir sehr genau überlegen. In dem Fall würde ich tatsächlich sagen, lass doch mal Gras, Haare über die Sache wachsen. Da tust du dir im Prinzip nichts Schlechtes mit an. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du da so entblößt bist, Schambehaarung verdeckt ja auch ein bisschen. Das mag vielleicht auch mal ganz nett sein. Weil wenn du jetzt klassisch ins Krankenhaus gehst, dann wird der klassische Fall sein, dass du da sehr, sehr oft unten rum entblößt rumliegst. und da kann der natürliche Pelz schon mal ein bisschen wärmen oder ein bisschen Blickschutz geben. So, in diesem Sinne, notwendig ist es nicht. Wenn du es machen möchtest, wie gesagt, mach es, wenn du dich wohler fühlst. Aber denk auch daran, du könntest dir morgens die Scham rasieren. Ja, bis abends hast du wieder Stoppeln. Ja, ob das das wahre ist. Jetzt könnte ich noch sagen, wenn der Kopf nochmal da durchkommt und da sind überall die Stoppeln und dann dreht es sich noch ein bisschen, könntet auch ein paar Schrammen kriegen, das Kind. Muss das sein? Muss das nicht sein? Musst du selbst entscheiden? Ich bin der Mann und es muss nicht sein. In diesem Sinne steht zu deinem Körper. Die Behaarung gehört mit dazu. Und du weißt jetzt, wo es herkommt. Dieses ganze Rasurgedöns kommt eigentlich aus der Pornoindustrie. Ob du da mitmachen willst, sei der freigestellt. Aber ein Mann, der definitiv verlangt und sagt, ja, ich liebe dich nur, wenn deine Beinehaare ab sind oder ich liebe dich nur, wenn da deine Schambehaarung komplett ab ist. Das ist auch grenzwertig. Das wäre ja so, könntest du ja auch mal streng genommen sagen, ja, ich liebe dich auch nur, wenn du dir die Eier abschneiden lässt. Ist krass, aber ist so. Diese Bedingung. Es ist ein Körper und du musst sie damit wohlfühlen. Und wenn dein Gefühl zum Beispiel auch, also mit diesen Härchen sind ja auch Nerven. Am unteren Ende ist ja die Haarwurzel. Und da rundherum sind ja auch Nerven. Und dann spürst du was. Das heißt, wenn ich einen Arm habe und hier sind Haare dran, dann fühlt sich das ganz anders an, als wenn ich jetzt frisch rasiert bin. Frisch rasiert fühlt sich für den, der fühlt, erst mal gut an. Oh ja, ist ganz glatt. Aber das Empfinden bei demjenigen, der keine Haare da mehr hat, kann schon wieder durch den regelmäßigen Akt des Rasierens heruntergesetzt sein und dadurch, dass die Haare sich nicht bewegen. Wenn die Haare sich ja ein bisschen bewegen, durchstreichen, dann werden auch andere Nerven noch mal stimuliert. Das kannst du ja sonst so noch mal ausprobieren. Ich für meinen Teil habe entschieden, also meine beiden Haare als Beispiel. Ja, die sind eben da und wenn du da drüber streichelst, sind die, fühlt sich das angenehm an. Sind die Haare abrasiert, fühle ich da gar nichts. Dann denke ich, naja, kannst du mir über das Bein streicheln und was soll das? Hat für mich keinen Mehrwert. Da kann man sich natürlich in der Beziehung dann auch fragen, was soll das? Also ja, der Mann darf drüber streichen, aber es ist schön glatt, es ist schön glatt, wobei es bleibt ja nicht lange glatt. Innerhalb von 24 Stunden sind die Stoppeln ja meistens wieder da. Aber wenn du nicht das Gespür dafür hast, was bringt es dir? Ja, also deine Entscheidung, in diesem Fall sage ich, ja, dein Körper, deine Entscheidung. Bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch sehe ich das ein bisschen anders kritisch, weil du dich ja im Normalfall anders entscheiden konntest und es da nicht einfach so passiert, dass du ungewollt schwanger sein könntest. So, in diesem Sinne, kurzes Thema. Wenn dir das gefallen hat, das Video, dann darfst du mich mögen, teilen oder den Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben, wenn dir was fehlt und dir was wünscht und du eine Kritik hast. In diesem Sinne, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.